Hallo! Hallo! Wie geht's dir? Das Wetter ist schön wie du! Jetzt geht es mir gut, danke! Was machst du heute noch? Ich spaziere, und du? Ich auch! Möchtest du Eis essen gehen? Ja, klar! Das ist schön, Max! Juhu! Ich komme! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!